den Fallen über die Ausgrabungsstätte her und Klauschenfunkte. Aha! Geil ist, dass ein Holzfotofahrt. ... haben arkeanische Kampfanzüge gespeist und sind sehr gefährlich. Wer sich dahinter steckt, du musst ihn stoppen. Alles klar. Nein, also... Was ist das hier schon wieder? Das ist kein Ende des Luftelementen. Äh, das ist ein Kind schon. Das ist wohl nett gewesen. Da unten irgendwo wartet. Da wo es unkürtet ist. Ich kann nicht weiter nach unten. Da rechts bestimmt, oder? Hä? Da ist er doch. Wo? Da wo es blinkt. Ach, das da... Oh Mann. Alles klar, gefunden. Einmalige Chance? Ja. Alles klar. Was ist denn das denn? Was ist der Upload jedes Mal? Oh je. Was? Äh, ja. Alles klar, mal. Was soll ich denn da jetzt nicht sagen, ey? Nix, einfach auf die Fresse hauen. Wo ist das Problem? Die sind sich denn abgetreten, diese Leute. Was ist das denn? Krabaffentoten. Krabaffen. Das ist ja auch lustig. Krabaffen. Krabaffentoten. Das ist auch von den Simpsons, ne? Mrs. Krabaffen. Krabaffen. Ja. Ja. Ah ja. Der zeigt dir wie er angeht. Schießen kann er auch noch, ey. Hier kriegst du ein bisschen Position. Warum schießen die beide auf mich, die Schweine? So die Blum? Weiß recht da. Oh hier ne Banane. Level up. Wie du die Banane eigentlich sammelt hast. Für dich? Nee. Ja, kriegst du auch hier. Oder wenn? Nee. Sicher? Hast du überhaupt das vielleicht in die Gülle fallen? Meine Banane. Was ist hier los? Oh ne Kiste. Ja, hör mal auf. Kann ich hier? Kann ich hier oben? Ah ne. Oh. Und was bin ich? Ich bin blau. Bin grün. Hä? Aber hier ist doch gar kein Schalter. Ja. Doch, du kannst da auf den Schalter. Hä? Da unten. Ach so, das Ding. Ah, hier rüber fahren kann ich, ne? Und dann hoch. Und dann ist da ein Schalter. Oh man. Du warst ein Action Scheiß. Okay. So. Ja. Dann musst du da drauf gehen. Genau. Kann ich das grüne Ding einsam. Jetzt muss ich da wahrscheinlich nochmal rum. Ja, warte bist du mal da. Wieso soll ich da warten? Warte, 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 warte. Ich muss hier rüber. Ich denke, ich muss dich dann da hochkicken, wenn du auf dem Morgen schon ansteht. So. Ah, ja genau. Das kann sein. So, jetzt tue ich das wieder runter. So, Ronkel auch? Genau, jetzt kommen wir uns treffen hier. Alles klar. Oh man. 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 Schatz ist das nochmal gefunden. Ahnung. So. Wo ist noch was? Wohl. Wird sogar hier unten noch, setzt die Frage. Was ist das? Ist das einer von uns? Sieht so aus. Nee. Doch, doch. Nein, der wird jetzt viel wie ein Atomart. Zuckerfledermaus. Zuckerfledermaus, Mann. Zuckerfledermaus, Mann. Wurde von Kristallmeister korrumpiert. Gehen aus dem Wind. Du leid. Das ist kein Problem. Wie sollen wir den denn auf den Weg gehen, wenn wir ihn tot machen müssen, bevor wir da weiter können? Ich bin gleich tot. Dann pass halt mal auf, sonst schlägt der das Kapitel über. Oh, ich bin gleich tot. Hahaha. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Du bist tot. Okay, du bist tot. Du kannst jetzt schnell woanders sein. Dir ist schon klar, dass wenn wir alle tot gemacht haben, dann ist das jetzt besser zu Ende. Okay. Fürstet den Falken mit dem Turbo an. Mit der Wasserpistole in der Hand. Okay. Jawoll. Ah, ein neuer Weg. Banane, Banane. Ja, ich bin tot. Wir haben da ein Problem mit Zuckerfledermäusen. Oh, der ist nur. Ach, ich auch. Oh. Das wäre etwas absurd. Es sind spitze, wütende, violette Zuckerfledermäuse. Ein Schurkel nutzt die versteinerte Finsternis und fissioniert sie. Okay. Okay. Ah, ja. Ach ja, die ist auch nur groß, ne? Was bringt denn das hier? Ansaugen kannst du damit sagen. Was bringt mir das? Du bist nicht zu dir kommst? Oder du Sachen einsammeln kannst? Du Sachen einsammeln kannst? Du Sachen einsammeln kannst? Ich muss noch mit anfreunden. Oh, was wollt ihr? Die Leute will ich nicht zu denen haben. Ich mach die Herausforderung. Du schnitt. Du schnitt. Oh Gott, was geht bei dir ab? Der kann mir gar nichts, Mann. Tust du jetzt einfach mal alle kaputt machen, weil du keinen Bock mehr hast, oder was? Oh, ich wusste Crusher wieder bis da. Ich finde es verschiedene Sachen. Ja, bevor ich mit 10 sterben lasse und dann, äh, wir dann am Ende die Swap. Binger nicht machen können und so. Ich weiß nicht. Weil wir die Fähigkeiten nicht mehr haben, ist auch blöd. Finde ich. Die Frage ist, ob Füße auch tot sind. Ja, was denn? Mach ich's schon nicht. Wen würdest du da? Egal, ich nein. Den hier. Ich hab ja keinen Swap, oder? Okay, wir nehmen ja keinen Swap. Nimm den großen Dicken da. Okay, jetzt nehmen wir den großen Dicken. Alles klar. Was? Zeh treffen wir echt ein Blaufer, der Blaufer. Achso. Wie ist das gar nicht klapp, der ist der Buss. Bisschen achisch. Macht einfach klapp, alle hier. Bin dabei. Oh, ich rufe denn da auf der Kasse. Ja. Na ja, sehr gut. So schnell geht das. Schau ich mir an. Alles klar, Mann. Weiß mal nicht was, aber okay. Scheinlich da, wo's weitergeht. Okay. Umgeformt. Oh, hier ist was. Zack, 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 zack. Oh, ne Schatzkiste. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht toll zumagert. Genau. Ja, das nimmt sich nicht viel. Meinst du? Ne. Geh ja eh beide mal gleichzeitig. Okay. Das Gute ist, dass du den Swash-Boggle kaputt gemacht hast. Wieso? Weil das so teilweise was klettern kann. Okay. Versuch's halt mal. Wo ist denn hier hin? Das ist der. Versuchen wir's mal. Vielleicht weiß er nicht, dass der dann kaputt ist. Kann sein. Das wäre natürlich Exploitation. Ne ist das, ne? Ja. Funktioniert scheinbar. Vielleicht, da kann nur das... Das Unterteil von Buckler. Okay. Also es ist ja schlau genug, um zu verstehen, dass die Unterteilen tot sind. Natürlich. Das ist krass. Soviel zum Thema Füße schlafen können. Ja, Füße schlafen. Wir sind eingeschlafen. So haben wir hier erstmal Pech gehabt. So haben wir hier erstmal Pech gehabt. So haben wir voll versaut jetzt werden. Ja. Geht doch auf, Mann! Geht doch auf, Mann! Du Verschwendest wohl besser! Okay, das ist so. Das ist mir da hinten stehen, wenn du die Finger rein und so. Okay. Ich glaub zwar nicht, dass der da wegschirm musste. Aber okay. Wie musst du denn da hin? Ich glaub schon mal anders hingehen. Aua, Aua, Aua! Gut, na, wir wissen nur. Das listige Tor wurde errichtet, damit keine Eindringlinge in den Tempel kommen. Aktivierst du es? Ah, ja. Was passiert, wenn ich es aktiviere? Wir hören sie. Man ist die Kacke am Dampfen, man. Du musst es da drüben drauf haben, genau. Das ist ja super. Wer da nicht durchkommt, der ist auch... Der macht das ganz schön listig. Oh, ist das ganz schön schnell. Gut, dass ich gesprungen wird. Hm. Was? Das Robomass. Ripprotor. Ja. Was macht der denn dafür zurück? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Einfach auf die Fresshau. Okay, dann kommt die nächsten zwei. Supergut. Wir machen da Blitze oder so. Ich bin tot. Alter. Okay. Der T-Rex ist müde. Okay, wir haben nicht mehr so viele, ne? Ja. Den hier. Den hier. Ja. Okay. So viele gibt es ja mehr. Ich finde schon sehr nichts, wenn wir die Spops nehmen. Ja. Da sind vier wenig Fischchen geskillt. Alter, ich glaub das wird ganz schön heftig. Du darfst nicht angreifen, wenn du hier einen Wirbelkack machst. Ja, ja. Schon klar. Ja, ja. Gott sind schon gestorben dran. Weg hier. Oh man, oh man. Komm, komm. Hau drauf. Das ist ja ein Exploiting pur, ey. Gar nichts ist das. Okay, das funktioniert nicht. Warten, bis er weg ist. Jetzt kann ich sterben wieder. Ja, ja. Das ist toll. Ich will am Ende nicht alleine spielen, ne? Weil die sind auch da. Dann bloß. Ach. Alter, wolltest du Tusten denn jetzt weiter, Dings? Die sind offensichtlich quertscher als die anderen. Ja, den hier. Ist jetzt eh gleich gegessen. Ja, ich glaube auch. Wenn wir hier Tusten können wir dann gleich Pause machen oder so. Braucht ganz viel lang, ne? Ja, dann musst du ja erst testen, ob die überhaupt noch in Ordnung sind. Kann der auch schießen? Nee, kann natürlich nur schlagen. Komm, komm, komm. Oh Gott, wir haben es geschafft, ne? Ja, gerade so. Gerade so. Oh man, da ist das zu futtern, glaub ich. Rasha macht das schon. Ich hätte den Gerstitsch kaputt gemacht. Du gehst mal hier rum, oder? Ja. Ohoho. Ähm. Wer wollte denn da mal rumgehen? Die konnten ja nicht einbinken. So scheiße. Hauen, 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 hauen. Oh, das war gut, dass der ein Level-Up gehabt hat. Ja. Hier schon wieder. Komm, komm, komm. Bam, bam, bam. Oh ja, 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 ja. Da hinten ist ein Kirsche. Und eine Käste. Oh, das hat gut geheilt. Oh, man, oh man, oh man. Das ist ganz schön heftig. Irgendwie. Ja. So, Charge-Attack sind mit denen aufwech. Ja. Alle anderen haben wegen der Wirklichkeit, nicht schnell wegzukommen. Ja. Und der muss halt stehen bleiben, ey. Es läuft halt. Okay, was ist hier los? Wer bist denn du? Okay. Okay. Wenn man den einstinken kann? Oh, ich glaube nicht. Jetzt kann man es kaputt haben. Ja, aber... Jetzt wird es nicht mehr. Ausgleich muss man den ganz gut passen, auf jeden Fall. Der ist tot. Oh, Level-Up schon wieder, ne? Den haben wir, glaube ich, noch so gut wie gar nichts gespielt dann. Ja. Okay. Kommt noch mehr? Ich glaube nicht, ne? Ja. Das muss da oben hin, ja. Das muss ja passen jetzt, genau. Kommt uns doch erstmal hier rum, oder? Oh, 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 oh. Das ist für den Thema. Ach so, da ist noch so ein Durch. Und da, du. Zack, ruf du Kopf drauf. Weg, weg, weg. So eine Fische, ey. Oh, 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 oh. Das kommen mir ein bisschen nicht vor, als er auf Mediatro spielen wollte. Das muss passen, ey. Ja, ja. Das ist ja so ein Kradaffen-Ding. Cool. Ja, aber das ist ja nicht von der Schwierigkeit her, grad her, mit nicht sterben und gedöhnt. Ja, das ist halt ein bisschen nervig hier. Haben wir nicht. Haben wir nicht, ne? Nee. Da brauchen wir gar nichts wegen. Alles klar. Richtig krass, ey. Fällt dir irgendwas auf, wo es dann speichern könnte? Ja, nimm einen Kontrollpunkt. Ja, was war ein Kontrollpunkt? Kommt ja dann ein Kontrollpunkt. Das ist nicht so gut, wenn du da so vorhin die Drücke einschliffst. Okay. Wie kannst du skillen? Dann skillen wir. Oben skillen. Blaster. Hört sich gut an. Kurze Zeit einfängt, okay. Das geht gut. Auf jeden Fall. Ja, ganz praktisch wahrscheinlich. Schwertangriffe bewirken mehr Schaden. Das hört sich gut an. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was skillen konnte. Ich glaub eins noch oder so, ne? Mindestens. Ne, zwei sogar noch. Für Hammerwurm. Mach's eh nicht genug Geld. Eieiei. Ganz schön teuer, der Spaß. Ja. 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 Okay, okay, okay. In dieser Zone sind Skylinder des Erdbegolins. Okay, okay, okay. Ich kann durch, ja? Tatsache. 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 Aber nichts Besonderes. Wann wir da jetzt schon hochlegen, ne? Glauben nicht. Wie dreifel ist der PSA! Hier müssen wir drücken dann darüber. Ja, warte mal. Ganz schön afflisch, ne? Ja. Ganz schön afflisch, ne?